Ich bin jetzt in Porto Montenegro, dem wahrscheinlich luxuriösten Ort und der Hafengegend in Tiwad. Jetzt schaue ich mir mal die Schiffe an. Das Ding ist, der Eyüp hat mich gerade angerufen, genau zwei Minuten nachdem mich dieses Taxi hier gelassen hat und sagt mir, Bro, fahr bitte zum Hafen von Cotor, nicht zum Hafen von Tiwad. Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt stehe ich hier mit den überkrassen Schiffen im Mittagrund und werde nicht abgeholt. Jetzt muss ich mir eine Platte machen, wie ich nach Cotor komme. Naja, er hat zu mir gesagt, er würde sich jetzt kümmern und versuchen ein Taxi zu finden. Ja, bis er mich anruft und mir sagt, das klappt oder das klappt nicht, werde ich mich jetzt einfach hier ein bisschen umschauen. Ein paar Videos machen von den Schiffen, die wir wahrscheinlich nie von innen sehen werden und die wir uns wahrscheinlich auch nie leisten können. Ich stehe direkt vor einem Aquarius, das sieht einfach übelst brutal aus, zieht euch einfach mal rein. Alter Schwede, was ist das für ein Monster? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwo seid, euch umschaut und denkt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich raus fliege? Das Gefühl habe ich, wenn ich mir hier so diese Gegend angucke. Mein, dieser Pool, überkrass. Der kostet mir jetzt mein ganzes Leben. Schaut euch nur die ganzen schönen Läden an, in welchen ich niemals einkaufen würde. Wow, da gibt es bestimmt Shirts für 2500 Euro. Also, ich stehe jetzt vor diesem leicht großen Dampfer. Weil der Eyup, der holt mich mit einem kleinen Boot ab, um dann zum großen Schiff zu kommen. Und damit er mich findet, dachte ich mir, hm, schicke ich ihm vielleicht eine Location, die er nicht verfehlen kann. Und da habe ich ihm meinen Standort geschickt mit der Nachricht, Bro, it's in front of this little ship you can't miss. Jetzt bin ich gespannt, wann er kommt und ob er kommt, weil ich habe ja jetzt hier schon eine ganze Weile gewartet. Und das letzte Mal, weil ich es so geil finde, guckt euch diesen Ausblick hinter mir an. Und es könnte sein, dass er das schon ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich schaue mal. Oh mein Gott. Ich bin gerade so happy, dass wir uns endlich wiedersehen, Mann. Jetzt wird es Zeit. Endlich springen wir ins Wasser. Nee, Quatsch. Oh, Mann. That's him. I think I know this guy. I think I'm a re-proud. Why did you give me to make my heart beat in my taste? Now I've got you in my space. I won't let go of you. Got you stuck good in my embrace. I'm acting on you. I'm acting on you. Oh, die ersten Sekunden auf dem Schiff. Man, what about that? Kahve ist man, abit zu, chai kahve. Halt, halt. Oralardan, wie der, ihr wachstum. Komm mit mir, Mann. Komm mit mir, Mann. Komm mit mir. Ich möchte dein Zimmer schauen. Schuhe? Schau. Schuhe? Schau. Hey, ihr. Bro. So, right side or left side? Ich weiß nicht. In welchen gibt es mehr Mädchen? Wir wollen keine Mädchen machen. Was? Wir können keine Mädchen machen. Warum? Nur erzähl mir mal. Was ist das Problem? Wir müssen das Problem lösen. Ja. Das ist die Toilette. Aber, Bro, ich muss euch ein paar Fragen stellen. Ich habe ein paar Fragen. Wir haben eine Seawatch. Seawatch System ist. Wenn man die Toiletten, die System und die PIP-Line sind die Real-Maschine. Die Maschine kann es nicht. Die Maschine blockiert. Die Maschine kann es nicht sehen. Das ist die Toiletten. Wenn man die Toiletten, immer die Basketball. Wenn man die Toilette und die System, die Stil werden verbrechen. Wir müssen uns öffnen. Das ist die Maschine. Das ist die Maschine. Das ist die Maschine. Man hat sich die Maschine nicht mehr. Ja. Weil es ist alles teak. Ich will euch den Headmaster, Kevin. Bro. Das ist die Maschine. Ich meine, die Maschine ist nicht bereit. Wir haben ein paar... Das sieht toll aus. Und das ist der Kapitän? Nein, das ist nicht der Kapitän. Wir haben zwei Master Cabins. Das ist ein kleiner Headmaster. Was? Wir haben zwei mehr. Double Master. Und eine Main Master Cabin. Aber diese Cabins sind für Kinder und für Twins. Und wer schlägt hier und der andere? Wer schlägt dort? Niemand schlägt hier. Unsere Kabins sind in der Mitte dieser Kabin. Ihr könnt es sehen. Der Personal Cabin ist dort. Das ist nur für die Gäste. Wow. Das ist so großartig. Das ist unser Salon. Manchmal ist es besser. Wir haben ihnen... Das ist nichts. Wie viel möchtest du, Mann? Ich habe mehr. Was? Was? Warum musst du so großartig, Mann? Warum musst du so großartig, Mann? Du willst du meine Tasche? Das ist nichts. Ich habe mehr. Ich habe mehr, Mann. Over da. Eine Frage. Wie viel kostet das Schiff? Vielleicht? Für eine Woche? Nein, nein, nein. Wenn du es möchtest, wie viel kostet das? W-Meras noch, wohin. W-Wait, W-Wait? H-Ihrs mal. W- fame sind mehr, Söder? Für eine? W-Grath? Nein? Eigentlich hat er gesagt. 5 bedenach. Ja! Ja, mein Gott. Du bist der Alex, ich bin der Deutsch. Wah, 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 wah. O Alex, YouTuber der nedir? Nasıl schätzt? Alex, mein... Özel kamala schätzt, schätzt. Ne ist es? Na, na, na? Na, 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 na. Na, 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 na. Okay, man, we're ready to go out? Oh man, that's far away. Oh man, that's far away. That doesn't work. Oh, I'm going away too. Oh man! Man, I'm in my tent. Okay, eh. Now your turn, yalla. Au. Also, meine Freunde, ich und der Eyüp, wir fahren jetzt raus und wollen auf den Berg mit der großen Küche. Und, eh, what is the name of the, of the, of the castle, the church again? Otto. Bye, bye, Mezcal. Number two. This is Captain Alex. You wanna feel the power, man? What? What? We wanna feel the power. Yeah, man! Yeah, man! Oh fuck! Wow, we are going away, guys! Alex, I'm so happy to see you here, bro. So, this means, we're getting up. We laufen jetzt da hoch, Leute. Und zwar bis. Bye, bye, bye. Die Spitze. Man, you need the counter steps. You need the counter steps, man. Take the money. You know where the money is, man. And for the next ten people, please. He's a rich motherfucker. He owns a boat. No, it's, what's he called? Yacht. 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 Thank you. Thank you. You wanna see. They should have fixed, they should have fixed the road first. For what? For three Euro? These are fixed. But for three Euro, this is... If you don't see the unfixed roads, you have to go outside. This is for three Euro, man? Yeah. Do you call this service? Look at that, my spot is over there. Oh, there's our ship. Yeah. Which one is it again? I think... Which one? It's that one. Wow. Look at that. It's a long way to go. Our boat is over there. But when we go to the top of the flag, we will see all Boca. They say this bay is Boca. All Kotor Boca. I think you can't be worried about that. You can actually stay for a hour. It's for me to be warm. And for me, the Ayyub is already busy to clean the girls. There he is. And he found a few Turkish girls, which he wants to explain. Yeah, then I have to chill for a while. Oh man, that view was amazing. Man, I never went hiking in my life before. Never. I never went hiking. This is the first time and... You count this hiking? I'm enjoying this. Huh? It's more than hiking. This is more? More than hiking. This one. Yeah, man. More or less, we will go, I think, three kilometers to up below. Really? I guess. Still... Oh man, it's... I would never go up here just to marry. Oh man, they just marry, I think. You did it? Yeah. Tell him if he loved her, he would carry her to the top. I would never climb up anywhere to marry someone. She needs to conquer me, man. In that time, I mean, we will marry. In 2017, I need to be conquered. Oh my god. Bro. Ah, the kitty cat. There are so many. Stuckers. The last steps. We have almost done it. Almost. Almost. I cannot do it. I can't get it anymore. I am just like a shit. And that's not a wonder after this action. Now, we are looking at what it looks like from here at the top. aussieht. Ich hab das Gefühl, es geht sogar noch weiter hoch. Ey, wir haben gerade mal drei Viertel geschafft, wenn überhaupt, oder? Man, it's still like one Kilometer. And he's still wearing a hoodie. What is wrong with you Turkish people? I'm enjoying the view. There's always something ahead. I'm losing every breath. Why did you get me to make my heart beat in my head? Now I've got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm watching on you. What the fuck you are doing there? I'm recording you bro. Oh man, sometimes I feel that you look like at the bottom because of the rock colors and your clothes color is... I mean, I'm looking at the camera and I say, hey, where's Ali? Oh, the beard bro is over there. It's camouflage time, man. She will go and tell the people, hey, it's just not on. So you just give away or you all give away? Who is right? You give away most of the time. Why? It's harder to go to get ticers. Maybe it's possible to share with others. To get up is harder or to get down is harder. Because down is very strong. Oh yeah. Maybe somebody has to use their mind. Bro, what the fuck? Bro, what the fuck? Oh man. Oh shit. Wow. That's wow. That's really wow. That's the greatest thing I've ever seen. That is the greatest thing I've ever seen. What are you doing here? You're not afraid of heights? Hey girl, als ich dich das erste Mal sah, fand ich dich so wunderbar. Zwei, drei, piccolo, lügen dich. Wir sind oben. Wir haben's geschafft. Together we made it. Wow. Und ganz da hinten, da ist unser Schiff. Das ist Mezcal No. 2, unser Sailing Boat. Wow. I got a feeling that this may be the best time of my life, man. This is the beginning of something great.